Luxus auf 30 Metern. Die schwarze Princess 30M ist elegant, modern und edel. Auf der Boat 2016 in Düsseldorf ist sie der heimliche Star. Mit 30,45 Metern ist die Princess die größte Yacht auf der Messe und mit einem Verkaufspreis von rund 7 Millionen Euro wohl auch eine der teuersten in der Klasse der Ruderhausjachten. Mit 98 Tonnen Eigengewicht braucht die Princess einen guten Antrieb. Wem 24 Knoten reichen, der begnügt sich mit dem 1.948 PS starken Dieselaggregat. Maximal 27 Knoten schafft die Variante mit 2.637 PS. An Komfort soll es natürlich nicht fehlen. Eine Sitzecke und ein Pool mit Platz für Liegestühle befinden sich an Deck. Zur Inneneinrichtung gehören eine elegante Sitzecke zum Entspannen, Geräumige Schlafmöglichkeiten und ein ausklappbarer Balkon, große gläserne Dachluken und luxuriös ausgestattete Bäder. Auch eine voll ausgestattete Küche mit Kochplatten und Herd darf bei so viel Luxus nicht fehlen, ebenso wie ein S-Bereich. Unfall 2... JETUTE 1 2 2 1 1 2 1 1 Vielen Dank.